Musik Sein Mythos ist schon geschaffen. Der kann nicht mehr zerstört werden. Er kann sich selbst zerstören, aber zerstört werden kann er nicht mehr. Er tut ihn aus allen Ohren. Der Sänger. Er wird gleich etwas singen. Er eilt auf seinem Soundtrack herbei, das hat ihn berühmt gemacht. Bevor er zu singen begonnen hat, war die Stimme etwas Großes, Heiles. Jetzt gibt es sie nicht mehr. In seiner Stimme hat er die Stimme durchdrogen und sie vernichtet. Die Stimme ist ein Schicksal. Die Stimme ist ein Schicksal. Untertitelung des ZDF, 2020